Jetzt geht's los. Swery hat gestern einen Tweet von mir geliked. Yay! Ich bin da durchgespielt. Ich bin da durchgespielt. Ich bin da durchgespielt. Okay. Okay. Rote Blätter. Zack. Zack. Yeah. Zack. Can you hear me, Zack? Zack. There you are, Zack. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. Is that right? Zack? Zack. 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 Das ist richtig. Muss ich irgendwas machen? Ne, not done. Zack. 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 It's a private matter. Zack. 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 I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country seen better days. What you reckon, mister? Zack, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice, if you ask me. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. But shoot, I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing the grill, me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. Okay. Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got the know-how to break up fights and keep folks from killing each other when they piss y'all. They sit down and talk it out with you heart to heart. And when that don't work, they just beat your ass. That's the Deep South for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way. Like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. You said the victim was a 16-year-old. Did you know her? I thought, man hat die Leiche jetzt dann erst 15 Jahre später gefunden. Oder ist das nochmal eine andere Leiche jetzt, oder wie? Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? She's Lise Clarkson. The little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge coal storage complex. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seal. They own most of the land around here. From the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about everything. They even own the water tower on the edge of town, you know. They're the ones who built up this town, and they still support it. What do you know about the Clarkson's house? Now, I ain't got nothing bad to say. But I'm gonna talk straight to you. You best deal clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, PJ Clarkson. He's the kind of monster, who goes around eating other monsters. Das heißt, PJ Clarkson ist quasi das, was Harry im ersten Teil war. Im Grunde. Wahrscheinlich auch. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich auch wieder so ein super exzentrischer, super reicher Kerl. Der Camouflage-Teppich. Ja, der war natürlich schon legendary. Schade, dass der hier nicht ist. Vielleicht gibt's da andere schöne Camouflage-Teppiche in dem Spiel. Mal schauen. Soweit ich das verstanden habe, hat man eine Leiche gefunden. Die wurde dann irgendwann zur Untersuchung aufbewahrt. Und ist dann da gestohlen worden. Ach so. Aha. Ich dachte, man hat die ursprünglich schon gar nicht gefunden. Na, schauen wir mal. So, he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So, don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe or nothing. Things are different down here. So, if you plan on sticking around, you best member that. I see. I'll keep that in mind. Oh my God, der sieht so, der, der Jörg, der, der Agent Morgan sieht so, ja, so breitschuldrig aus. Das war doch im ersten Teil noch nicht. Hat der, hat wahrscheinlich zwischen dem Teil und dem ersten Teil ein bisschen abgebaut. Der war auch noch jünger und fitter wahrscheinlich. Wenn du sagst, es war so, wie ein Tv-show. Was genau das bedeutet? Hey, mister. Warum hast du so excited? Wie ein Kind asking Grandma to read them a fairytale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Ah, well, I ain't seen it with my own eyes. But folks say they found the body hanging under a bridge on a bayou. Ja, wahrscheinlich hat er trainiert, weil er bald in Smash Brothers als DLC-Charakter vorgestellt wird. Da muss er natürlich fit sein. Deswegen hat er so ein Kreuz. Oh Gott. Und unter dieser Brücke, gab es ein Kind von Altar. Ein Altar? Wie etwas, das sie in Black Magic benutzen. Etwas, was schrecklich. Black Magic. Voodoo? Voodoo. Nein. Nein. Es war nichts wie das. Es war nur ein weibes Altar. Das ist alles? Oh, und das Körper war alles in Stückchen. Sie sahen sich rund um ein Altar. Also wurde sie verabschiedet. Das ist das, was der Typ, der uns herauskommt, sagte, ja. Bingo, Zack. Das Fall hat unsere Namen all over. Live and Let Die, Angel Heart, und The Pelican Brief. Right? 9 aus 10 Leute werden diese Titels nennen, wenn du sie fragen, um ein Film set in New Orleans zu denken. Ich kenne, glaube ich, keinen davon. Und ich wüsste auch nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Filme spielen. Ich überlege gerade so, wenn ich so an amerikanische Filme denke. Ich glaube, schlaflos in Seattle dürfte in Seattle spielen. Ansonsten wüsste ich überhaupt nicht, wo irgendwelche Filme spielen. In den USA halt irgendwo. Weiß ich wirklich nicht. Na gut, es gibt so New York Filme. Ja, das stimmt. Und da erkennt man Times Square und so Sachen. Aber ansonsten, natürlich dann das Weiße Haus und so. Das kann man dann zuordnen, aber sonst eigentlich gar nicht. Naja, egal. They're all excellent movies, but to me, they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat People. That's my point. Cat People. 1982. Directed by Paul Schrader. The crowning achievement of Nastassia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about Hyperrealism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of Cat People for myself. That's why I decided to visit New Orleans. Äh, okay? Ja, das denke ich mir auch gerade. Der Koch nimmt mir die Warte aus dem Mund. Tja. Äh, okay. Das ist die Wahrheit. Das finde ich gut. Das werde ich in Zukunft auch machen. Wenn ich irgendwie die Meinung habe, dass, keine Ahnung, wenn ich sage, Kuchimas bestes Spiel war in Wirklichkeit nicht Metal Gear und auch nicht Metal Gear Solid 5, sondern Metal Gear, ähm, Peace Walker. Und dann sage ich dazu, das müsst ihr euch echt merken, weil das ist die Wahrheit. Also nicht meine Meinung. Da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist die Wahrheit. Okay. Hm, was auch du sagst, Mister. Mister... Also, ich meine, die Übersetzung nimmt sich ja schon ein bisschen Freiheit heraus, habe ich ja schon gesagt, aber Mister mit Junge zu übersetzen, ist schon echt sehr komisch. Wenn Sie das sagen, Mister. Wenn du das sagst, Junge. Naja, von mir aus. So, äh, was ist dein Punkt wieder? Never mind, don't worry about it. Ich finde die Dialoge jetzt schon witzig. Ich habe ja bereits alle wichtigen Teile Ja, ich finde die auch super. Okay, wie komme ich hier von A nach B? Ich weiß schon wie, ich habe es im Trailer gesehen, mit dem Skateboard. Aber vielleicht gibt es ja noch einen Bus oder so. By the way, Mr. FBI, I ain't seen a car in the parking lot. How'd you get all the way out here, huh? Don't tell me you walked. That's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I do. Because it was stolen. Huh? But you with the FBI, right? Even FBI cars can be stolen. It could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're asleep at night, when you're buying cigarettes at the local supermarket. Your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. That's precisely what it means to be an FBI agent. Das heißt, das FBI agent zu sein, dass dein Auto jederzeit gestorben werden kann. Äh, gestohlen werden kann. Aber guckt euch den mal an, wie muskulös ist denn der eigentlich? Oder ist der Pyjama so super weit und ausgepolstert oder so? Der sieht aus wie Chris Redfield in dieser Einstellung gerade. Meine Güte. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transportation. Another mode? Want to hear the details? Not really. But I'll listen if you want me to. Then please do. The French is Schrankmorgen. Genau. Schrankmorgen. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then, I rented a car at the airport. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible. Especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana. So, I decided on a brand new hybrid car with a fully equipped air conditioning system. Klimaanlage hätte ich auch gern. A hybrid car? Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we've finally entered the 21st century. finde ich gut, dass das nochmal dazu sagt. Jetzt, im Jahr 2005, in dem wir uns gerade befinden in dieser Rückblende. Stomp down on the gas all you want. The engine won't make a sound. It's solid? At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Give it a few more years and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. I mean, bestimmt, aber leider dauert's wohl länger, als wir alle gedacht haben. Who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. Das wahrscheinlich ist schon so, ja. I can see it now. It's the world of the last starfighter. 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. It even made me wish that I could be one of them myself. especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had... So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it and in its place they left me this. What? Wenigstens irgendwie ein netter Dieb, dass er dir wenigstens noch ein Skateboard darlässt oder so, schätze ich mal. Ein Skateboard. Ein Skateboard? Ein Skateboard. Ja. Während ich mein lunch in meinen Stamm schloss, war jemand beschäftigt, mein brand-new hybrid car mit einem wunderschönen Bord mit vier Rädern. Die Dialoge sind einfach super. Felix, danke schön. Da kamen die Bits wieder ins Glas geregnet. Ach ja, stimmt, hat er noch gar nicht gemacht. Gib ihm die Bits. Die Bits. Die Bits. Die Bits. Die Bits. Die Bits. Okay, okay. Geh es einfach auf den Kampfer, bitte? Schön. Jetzt ist das Glas wieder voll befüllt. Bis zum Bersten. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Sein Hybrid-Auto wurde gegen ein Brett mit vier Rädern eingetauscht. Wunderschönen, nicht wahr? Behachtlich, ja. So then, how did you get here? By riding the skateboard, obviously. Why do you look so surprised? No, I couldn't ride the board very well at first. But by the time I hit the three-mile mark, I'd more or less gotten the hang of it. By the ten-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. It was a journey of self-discovery. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Zach. The searing light. Mmh, these scents. It's the deep south. Mmh, that was a fabulous breakfast. You're the world's greatest chef. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be without coffee? Na gut, dann vergess, dass ich gesagt habe. Dann braucht er doch Kaffee. Ladebildschirm. So. Mission Nummer 1. Oh, das konnte ich nicht lesen. Eine neue Mission wurde gestartet. Ach, hier sind doch Statisten. Die haben alle nicht ihren Pyjama an. Jörg, ich glaube, wir entsprechen nicht dem Dresscode. Aber warum sitzen die alle drin? Irgendwie draußen? Oder wer weiß. Offenes Buffet? Irgendwie, oder? Es ist komisch. Da ist ein offenes Buffet, aber es gibt nichts von dem, was wir gerade auf dem Teller hatten. Na gut, vielleicht haben wir einfach was bestellt. Was nicht. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt Buffet essen. Überhaupt, war das nicht unser Frühstück? Da gibt es zum Frühstück Pizza und Wurst und Keulen. Warum eigentlich nicht? Naja, vielleicht ist das so im Deep South. Ach so, Tutorial. Roter Baum. Im roten, äh, Raum, nicht Baum. Traum. Was? Ich verstehe es nicht. Der Cluedo, danke fürs Abo verschenken. Warte mal, verschenkt ein Abo an die Community von Lanskut Bird Rider. Das erste Geschenkabo auf dem Kanal. Was bedeutet denn an die Community ein Abo verschenken? Das habe ich noch nie gehört, aber dankeschön. Ach so, da sehe ich es. Ah, es hat er ein Abo geschenkt. Sehe ich jetzt unten. Fünf Emotes wurden verschenkt an zufällige Chat-Leute. Chat-Personen. Also, hier im roten Raum mit dem roten Baum gibt es ein Notizbuch. Hier können wir uns die Mission ansehen. Das Etui. Hier können wir Gegenstände benutzen oder entsorgen von Gegenständen. Die Karte ist klar. Einstellungen. Okay, Hauptmenü. Alben. Musikalben sind das quasi. Ich verstehe. Oh, wow. Metatron. Verschenkt fünf Stufe 1 Abos an die Community. Dankeschön. Da wird eine ganze Reihe von Abos verschenkt. An Sakurak, an Death, äh, Bird und so weiter. Und ganz viel. 25 Emotes wurden verteilt. Cool. Ich habe auch was bekommen. Ähm. Pride Cute. Das ist wirklich cute. Ist das ein Pride Panda? Oder eine Biene? Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Regenbogenbiene oder so. Ah, Lensquid Bird Rider. Achso, ne Quatsch. Das finde ich. Und, der Cluedo, hast du deine Sammlung schon zusammen jetzt? Hast du was Neues bekommen? Was du noch nicht hattest? Okay. Also. Handbuch personalisieren. Sehen sie ihre Gegenstände und Werte an. Aha. Als Überblick über die Felle verschaffen. Schauen wir uns mal oben hier drin, was man hier machen kann. Schauen wir mal in unser Etui. Kleine Hexe, danke fürs Folgen. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen. Alles klar. Felix, danke schön für die Bits. Ach, das habe ich jetzt gar nicht gesehen durch die, durch die, ah, schade, dass ich das verpasst habe. Muss ich mir vielleicht selber in der Stream-Aufzeichnung anschauen, wie die Subs die Bits aus dem Glas gesprengt haben. Danke fürs wieder auffüllen. Der Cat Squid ist das da oben. Genau. Cool. Also, was haben wir hier? Nicht-tödliche Munition für Mr. Alligator. Da haben wir einige Packungen. Dann haben wir ein paar kleine Verbandsets mit Pflastern. Eine Dose Cola. Extra leichte Zigaretten. Und ein paar Lollis. Natürlich. Was wäre, was wäre Deadly Prämonition ohne Lollis? Notizbuch. Was haben wir denn im Notizbuch? Ziele, Fortschritte und so weiter. Wenn man mal nicht weiter weiß. Ach, sind die Quests? Das hat man gerade in dem Tutorial-Fenster gesehen. Sind die so baumäßig aufgebaut und schalten neue Wege und sowas frei. Ich verstehe. Momentan haben wir nur eine Quest. Und zwar bringen sie in Yorks Zimmer die Information über den Fall auf den neuesten Stand. Alles klar. Dann haben wir hier noch Personalisieren. Inventar verbrauchen. Okay. Hörde haben wir Medizin, die wir gar nicht im Inventar gesehen haben. Gegengift. Aha. Da gibt es irgendwie... Okay, das ist neu. Kaffee? Wo... Wo... Warum habe ich denn... Seit wann besitze ich Kaffee? Oder ist das nur... Ich verstehe es nicht. Stempel? Ach, Achievements sind das hier quasi. 30 herrnlose Hunde erlegen. What? Warum sollte ich das machen? Die armen herrnlosen Hunde. Eichhörnchen erlegen. Ah, ich verstehe. Gibt es hier so Jagdmissionen oder sowas in der Art. Alligatoren erlegen. Meine Güte. Naja, schauen wir mal. Na gut, mehr kann ich hier meiner Mutter nicht machen. Achso, doch, jetzt muss ich noch mal schauen. Aha, hier kann ich wechseln. Handbuch, Einstellungen, ich hätte echt gern, dass die Dialoge automatisch laufen, damit ich nicht nach jedem Satz weiterdrücken muss, aber irgendwie geht das scheinbar nicht. Naja. Okay. Und? Jetzt stützt das Spiel ab. HPST gibt's jetzt auch Stamina in dem Spiel. Moment mal, gab's im Vorgänger auch schon. Auf Plus ist irgendwas. Achso, das Missionsziel. Zieht man sogar, wo man hin muss. Das ist echt eine Verbesserung zum Vorgänger. Das finde ich gut. Yorks Zimmer. Und ja, man ist immer noch im Charme unterwegs. Ah, jetzt ziehen wir uns auf. Sonne Rouge. Danke fürs Folauen. Cool, dass du mit dabei bist. Wir schießen es all over America. Genau das. Genau das lag am Boden in der Gegenwart, in der Zukunft, quasi, vor der Rückblende. Aber ich fühle, wir sind endlich auf der Verge von etwas zu finden. Nichts, Zack? Ich denke, es ist über die Zeit wir ein neues Briefcase haben. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout in Tucson. And this stains from Miami. Ah, Miami. Now that was a fascinating case. Billy, our perp, cut his own torso right in two. What? Was? Die Fälle, über die der redet, klingen immer echt interessant. Mensch, da denke ich mir manchmal, die würde ich jetzt gerade lieber spielen. Aber ich bin mir sicher, der Fall ist auch ziemlich cool. Oder muss ich erst noch entfalten? Even with the help of the drugs, my feet like that still requires incredible mental fortitude. I was so impressed, that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor has blood gushed out onto. Ich weiß, Zack, ich weiß, jetzt ist es nicht die Zeit für eine Erinnerung über die Erinnerung. In der Gegenwart ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Da wurde nichts großartiges revealed. Wir haben ein bisschen über Bienen geredet. Und über, über... So Sachen. Dann waren wir hier. Und hat Angst vor Rot. Aktualisieren Sie das Ermittlungsdiagramm? St. Roush, das ist unser Hotel, oder? Aha, eine neue Droge, die hier irgendwo aus dagegen kommt. Und Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. The 16-year-old girl who was murdered. Her body was found beneath a bridge over the bayou. Along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare. Das ist irgendwie cool. Das ist viel cooler als im ersten Teil. Das ist ziemlich cool. Habe ich schon erwähnt, dass das cool ist? Weil das hilft einem wirklich dabei, dass man sich so einen richtigen Überblick verschafft. Das war im ersten eigentlich nicht so. Da war alles nur komfus und komisch, dieses Profiling. Und hier kann man sich's schön nochmal ansehen. Sie wurde mit der Axt getötet. Der, der, die Verbindung zu P.J. Clarkson, ihrem Großvater. Der quasi der Obermuff, die in der Stadt ist. Und alles hängt irgendwie mit dieser Droge zusammen. Das ist schön gemacht, finde ich. Gefällt mir gut. Ziemlich cool, dieses coole. Ja, genau. Finde ich auch. Und er scheint, dass er mehr schrecklich ist, als dein average Gangster. Ich warte, dass er bereit ist, mit einem Verwaltung zu kooperieren, Zack. Ja! Abgeschlossen. Unsere erste Mission haben wir schon geschafft. Irgendwann, hey, ich setz mich jetzt mal mit Zettel und Stift hin und schreib alle Filme mit, die der empfiehlt, weil ich kenn viele davon nicht. The Island, 2005, directed by Michael Bay. Für ein Film zu sehen at einem wrappingkreis, war es unglaublich artistisch. Ein Experimentaler-Settung mit hart-hitten Blunden. Es war Arthouse Sci-Fi. Das Direktor wird gerade im Hist xem von Arthouse Filmen. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line. A genre known as Island Movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Oh, but I could do so much here and do it. Now, let's see where the door is. We can see each other in the room. Hopefully. Oh, I think it's already. Oh, I think it's already. Oh, I think it's already. Hey there, Chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Okay. I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that Lucare is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir. Of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. And? That's it. That's it? Yes, that's it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Did you see that, Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality. Just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say. The job makes the man. Ah, so. Der hat hier einfach mehrere Jobs und nimmt das sehr ernst, ne? Von mir aus. Sieht ich in der Hotel-Lobby um, glaube ich, stand da wahrscheinlich. Schauen wir uns erstmal in unserem Hotelzimmer um, weil ich hab schon gesehen... What? Was ist denn das da? Aber gut. Also hier haben wir das Diagramm. Ah, guck mal, da haben wir schon was Neues hier. Ah, das ist ja echt gut. Hier sind alle Charaktere auch wirklich eingezeichnet. Das ist richtig gut. Ich kann die nicht anklicken oder so, aber immerhin. Hier haben wir... Die heißen auch gleich. David Chavar. Einmal als Koch und einmal als... Cous... Cousier... Schnee... Okay. Alles klar. Na gut. Hier haben wir ein... Acht. Eine Brezel. Telefon. Speichern. Ein Telefon kann man speichern. Machen wir. Warum sieht Jörg gerade aus wie ein 15-Jähriger? Er spielt fünf Jahre vor dem ersten Teil. Ja, genau. Er sieht aber schon auch... Ich finde auch, dass er sehr jung aussieht. Aber fünf Jahre sind eine lange Zeit. Das sieht ja nicht. Warum nicht? Aber ich glaube, ich lasse ihn wieder in den Bart wachsen. Ja, findet die Zelda auch gut. Oder war das gerade ein Aufschreit der Empörung? Due to the nature of our work, we've had to stay at hotels all over America. But Zach, do you know what I hate most about living out of a hotel? Shower pressure. The shower was invented so that human beings could quickly bathe in large quantities of water, correct? Yet there are far too many hotels in our nation that have showers with embarrassingly weak water pressure. It's an outrage. And I'll keep tooting my horn about this every chance I get, believe you me. Hallo, Ferdahock. Ja, man hätte halt bei The Last of Us 2, glaube ich, einfach erwartet, oder ich auch, dass sich da auch einfach mehr weiterentwickelt, was Gameplay angezeigt im letzten Teil. Und das hat es halt nicht wirklich. Und da wird es halt doch ein bisschen monoton auf Dauer. Aber grundsätzlich nicht schlecht. Nur halt nichts Besonderes. Jetzt sehen Sie sich in der Hotellobby um. Jetzt schauen wir uns erstmal hier noch um. Kleiderschrank. Die Anzahl der Gegenstände in Ihrem Etui, blablabla, blablabla. Im Koffer können Sie Gegenstände vorübergehend bei Verstau, ich verstehe, okay. Hier können wir quasi Sachen von unserem Etui und so hin und her verschieben. Hier haben wir auch Kaffee und andere Zigaretten und Gegengift und so. Aber ich nehme jetzt mal noch nichts mit, weil das verstehe ich noch nicht. Aber eigentlich wollte ich das zum Kleiderschrank. Ich bin sehr satisfied with the Decorations and the size of this Closet, Zach. And it's even got a security box. What else could a man ask for? It's proof that we're still safely inside the fringes of modern civilization. Kleider wechseln. Wir haben sogar einen anderen Anzug, den braunen Anzug. Aber lassen wir mal unseren Standardanzug an. Der ist eh noch gut. Das Spiel ist jetzt quasi fünf Jahre vor dem ersten Teil. Aber es ist gleichzeitig eine Rückblende, die erzählt gerade der alte York, der zehn Jahre nach dem ersten Teil spielt. Ist das nicht ein Bild, ist das nicht ein Gemälde? Mit wem will er denn reden? Oder reden wir von dem Büffel? Ich weiß nicht, was er meint. Bin gespannt. Okay. Nice tie. Did you buy it here? It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Exactly. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hoon Gun. Hoon Gun, the title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Okay. Do you comprehend the Oracle? Put on your religion hat, Zack. Here we go. Fill ten maidens in the Shrine of Hunger. Find the Flying Serpent in the Ambiguous Zero. Dance with the Flying Serpent, and you will glimpse the other world. Ten maidens, and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by other world? Follow the Oracle. Okay. Yeah. Looks like we've already taken our first step into chaos. But such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. And after we've put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zack. Zack, here's another perfect symbol of the human condition. Hunting trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. If you've ever seen a FBI agent, it's possible to be it. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hayams. 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001, A Space Odyssey. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Promise, Zack. Der will alle Filme gucken, wenn wir wieder heimkommen. Das können wir nicht machen. Let's schauen. Cranker Automaten. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nichts. In der Hotellobby. Sehen Sie sich in der Hotellobby, den alten Stadtplatz von... Ach so! Den alten... Ich verstehe. Hier, das da, mein da. Ah. Ah. So sehe ich quasi auch andere Interaktionsmöglichkeiten noch und sowas. Verstehe. Zum Beispiel, dass wir aufs Klo gehen können. Whether it's a restaurant or a hotel, the key to charming your customers is how you present your bathroom. Ich werde selten wirklich aufgeregt, wenn ich in irgendwelche öffentlichen Toiletten gehe oder so. Aber gut. It might even trump the one we saw in that drug dealer's house in Austin. Remember? The art piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. It was truly brilliant. Reden wir von echten menschlichen Rippen? Oder... Naja. Okay, wir müssen uns unbedingt die anderen Missionsziele, die optionalen, auch noch anschauen. Da müssen wir doch auch zu den Automaten gehen, schätze ich mal. Das ist quasi nicht nur ein Hinweis von wegen, hier kannst du noch mit was interagieren, sondern das ist wirklich auch missionsrelevant. Nebenquests. Frankenstein became Dracula. Ach so, doch, es ist doch ein Interaktionssymbol auch irgendwie. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ich gehe trotzdem zu dem Automaten. Für den Fall ist da vielleicht irgendwelche Dialoge dabei entstehen. Okay, hier kann man Kaffee und Rotbier und Cola kaufen. Und hier kann man Snacks kaufen. Dann gehen wir jetzt zum Missionsziel. Weil die Tür führt nach draußen, da werden wir wohl noch nicht ingenossen. Zack, das ist Lucare. Ich glaube, ich bin endlich zu verstehen, was unser Koncierge war zu sagen. Okay. Du kannst es wissen, dass diese Stadt gebaut wurde von einem sehr methodischen Person. Nein, warte. Vielleicht haben sie einfach nicht gehalten, und das ist, warum es so endet. Es ist nur ein Symbol der Menschens obsession mit der Molding-Naturen, um unsere eigenen Regeln zu befinden. Die Karte freigeschaltet. Oh, jetzt haben wir die Map quasi... Zack, was du denkst, von Hoon Gunn's Oracle? Despite all the dramatic build-up, es ist ein bisschen mehr als ein Kindes-Riddle. Heartwarming, wirklich. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned Countryside. Now, let's start by tracking down those ten Maidens. The Oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell ten Maidens. Now, where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the ten things that need to be knocked down. Simple, right? Okay, der Shrine of Hunger ist offensichtlich das Restaurant. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The ten Maidens are the ten pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. Alexis' diner in Lane. This is it, Zack. There are even pins in a bowling ball on the sign. Aber warum jetzt die pins beim bowling als Jumfern bezeichnet werden? Als Jumfern verstehe ich nicht. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Maybe even both at the same time. Nice job, Zack. I knew you'd be able to find it. Na dann. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? I'm sure we'll find out later. Oder der Fluss. First, let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous zero represents? Zero is usually treated as a base number. But under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zack. Yes. Zero degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius. And zero degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard pressed to find a more ambiguous zero than that. And that's right. The question is, does our zero refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. Which measurement system do we use here in America? The Feuerwehr. Very funny, Zack. Nein. Now it's time to get serious. You already know the answer, don't you? Do you know what the ambiguous zero represents? Zero is usually treated as a base number. But under what conditions would a base number be ambiguous? Hi, Desert Railgun. The answer is temperature, Zack. Yes. Zero degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius. And zero degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard pressed to find a more ambiguous zero than that. The question is, does our zero refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. The Coxon Food Delivery Service is cold storage. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zack. You knew the answer from the very start, didn't you? Ne. Oh, dafür kriegen wir 10 Dollar. Von wem eigentlich? Wir sind im Urlaub. Warum kriegen wir 10 Dollar dafür, dass wir Rätsel lösen? Und wie ist das Hungan? Was ein mysteriöser Charakter. Seine Oracles können er entscheiden, wie viel Zeit wir in dieser Stadt spenden. Sorry, Boss, but this is a smoke-free hotel. Ja, Urlaubsgeld, ja, wer weiß, vielleicht. If you're dying of smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the bellboy. At your service, boss. The bellboy. Are you good friends with the concierge and the chef? Eh, we work at the same place, yeah. But, uh, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. I believe we've struck gold here, Zack. It just screams deep south, actually. No, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada-bing, bada-boom! Okay. I'll play by your rules.